Willkommen auf unserem YouTube-Channel. Mein Name ist Dr. Michael Weber. Wir möchten Ihnen zeigen, was Medizin, natürliche Medizin, wirklich sein kann. Wir möchten Ihnen unser Konzept vorstellen aus Akupunktur, Lichtakupunktur, Lichttherapie, Low-Level-Laser-Therapie und Mineralstoff- und Vitamintherapie. Wir möchten Ihnen zeigen, welche Schätze sich ergeben aus der Verknüpfung zwischen Jahrtausendealter östlicher Medizin und moderner wissenschaftlicher westlicher Medizin. In diesem Sinne möchten wir Sie mitnehmen auf Seminare und Kongresse, im wahrsten Sinne des Wortes, in aller Welt. Wir möchten Ihnen neue Ansätze der Medizin vermitteln. Wir möchten Sie mitnehmen, Medizin neu zu definieren, Rethinking of Treatment. Folgen Sie uns auf unserem Channel. Bleiben Sie gesund. Beste Grüße aus Senden im schönen Münsterland. Ihr Michael Weber Beste Grüße aus Senden im schönen Münsterland.